Unsere Garage hat drei Worte überschrieben. Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Profis. Das Lehren hier macht besonders aus, dass das Arbeitsklima sehr gut ist. Man lernt sehr viel dazu, weil wir alle auf etwas spezialisiert sind und haben dann mit denen alle zusammengearbeitet. Da erfährt man einfach sehr viel und lernt einfach von allem sehr viel. Ich habe auch Grundausbildung als Automechaniker dazu gelernt. Ich habe mich dann weitergebildet und bin heute Geschäftsführer. Natürlich viel kaufmännisch, aber es zeigt auch auf, wenn man Automechaniker oder Automobilmechatroniker lernt, dass man nach diesen sehr vielen Möglichkeiten hat, auch in andere Bereiche zu gehen. Das macht das Auto ausspannend. In fünf Jahren sehe ich mich weiterhin da, und am liebsten meine Weiterbildung als Diagnostiker zu machen, damit ich dann in Zukunft meine eigene Garage eröffnen könnte. Ich bin auf den Betrieb sehr stolz, vor allem auf unsere Mitarbeiter. Ich glaube, das macht den Unterschied, die Mitarbeiter. Die Materialien, die wir haben, sind ja überall gleich, aber die Mitarbeiter, die machen den Unterschied. Und da bin ich stolz. Vor allem mit sehr langjährigen Mitarbeitern. Und nur als Team funktioniert man. Das mache ich mich extrem stolz.